Hey du, alles klar bei dir? Aber ja doch, ich bin momentan in Planungen. Ich plane eine große, 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 große Reise. Tatsächlich, ja. Ich habe ein bisschen gespart für eine Reise. Und zwar nach Südamerika. YouTube. Genau, ich plane eventuell dort einen kleinen Groundhopper-Trip zu machen. Du weißt schon, schön viele Stadien, schön viele Fußballspiele, schön viele einfach ausgefallene Fans. Boah, ich habe so Bock drauf, wirklich. Ja, natürlich, ich kann dir ein bisschen erklären. Ich habe überlegt, wenn ich das hier habe. Ich habe überlegt, nach Buenos Aires, Argentina zu fliegen. Ähm, genau. Ich habe überlegt, ich möchte gerne ins Mecker, nenne ich es einfach mal, von dem Fußballstadion. Wahnsinn, ich möchte nach Buenos Aires. Ja, überleg mal. Ähm, ich habe mir da mal so ein paar Stadien nur aufgeschrieben, ähm, die dort existieren. Denn ich meine, egal ob erste, zweite Liga, dritte Liga, du findest da ja ultimativ viele geile Stadien. Ähm, ich meine, du findest natürlich das Bombonera, klar, du findest das, ähm, Monumental, ähm, von River Plate. Aber du findest halt auch so viele, einfach kleinere Stadien. Ähm, ich kann die Namen alle gar nicht aussprechen. In Nueva España zum Beispiel, ähm, das ist ein süßes, kleines Stadion. Das sieht aber, wie ich finde, ultimativ geil aus. Ist von, ähm, 1981 bei Real Talk. Wenn du dir das anschaust, denkst du, das wäre 100 Jahre alt. Ähm, spielt halt eine Mannschaft, die heißt Deportivo Español. Ähm, genau, also, pfff, einfach cool. Einfach so cool. Ähm, es gibt auch noch viele weitere. Wie gesagt, La Bombonera, natürlich. Dann ist das Stadion für mich persönlich mit den Bocca Juniors, ähm, ganz klar. Aber trotzdem, es gibt so viele Stadien. Und ich habe überlegt, eben so einen Trip zu machen. Klar, natürlich, ich muss ein bisschen schauen, dass ich auch erschwingliche Tickets bekomme. Ich gebe es zu. Aber, nun gut, das kriegt man ja hin. Ja, überlegt dir mal. Und davon einfach Bilder und ein paar Videos machen. Und dann diese Atmosphäre natürlich vor allen Dingen genießen, aufsaugen, einatmen, fühlen. Das wäre ein absolut kranker Trip. Ja, ich meine, Buenos Aires bietet sich dafür natürlich auch an, wie sonst was. Ich meine, da ist gefühlt an jeder Ecke was los. Und an jeder Ecke hast du da irgendwelche Fußballsachen, irgendwelche Stadien, irgendwelche Erlebnisse. Und, ich meine, wenn du die Stadt abgehakt hast, dann kann man ja auch noch ein bisschen, ich muss mal gucken, ein bisschen weiterfahren. Ich meine, natürlich Argentinien ist groß, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Städte außer von Buenos Aires jetzt. Ja, ich meine, wenn ich mir die Karte anschaue, wie groß diese Stadt ist, alter Vater, ey, das ist einfach krank. Aber dann fährst du halt nach links oder rechts. Klar, da kommst du nicht direkt zum nächsten großen Stadt, aber es geht schon auch noch weiter. So ist es ja nicht. Und dementsprechend, ich glaube, ich kann da was richtig Geiles aufbauen. Das Ding ist natürlich, wie gesagt, kostentechnisch muss ich schauen. Ich habe zwar was gespart, aber ich kann ja jetzt auch keine 30 Milliarden ausgeben. Schön wär's. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch schauen, Stichwort Gesundheit, genau, Gesundheit. Denn, ich hatte das gelesen, warten wir, Argentinien. Welche Impfungen? Gegen Hepatitis A, bei längerem Aufenthalt, auch gegen, wo wird das ausgesprochen? Dengue-Fieber, Hepatitis B und Tollwut. Aktuell, genau, also, Diphtherie, Tetanus, Gelbfieber. Okay. Ja, na, okay. Ist keine Gepfieber-Impfnachweise erforderlich, aber ist auf jeden Fall, okay, sollte man auf jeden Fall schauen. Insbesondere, wenn man dann, das ist jetzt nicht Buenos Aires, aber wenn man dann in Richtung Grenzgebiet Bolivien, Paraguay geht, dort kann dann auch nochmal Malaria ein Problem sein. Also, vielleicht muss man dann schauen. Aber auf jeden Fall, da muss man prüfen. Außerdem, und das ist natürlich auch so eine Sache, ist dann die Frage der Sprache. Das ist natürlich schwierig. Ich meine, die sprechen Español und ich kann noch una cerveza, pero por favor, me llamo, Daniel. Ähm, und dann ist es auch schon fast vorbei, ehrlicherweise. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, das habe ich gar nicht gegoogelt, ich weiß gar nicht, inwiefern, wie gut man mit Englisch da durchkommt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich, äh, ich kann mich auch mit Hand und Fuß irgendwie durchboxen, aber ich sag mal so, hier steht jetzt, Englisch wird im ganzen Land immer häufiger gesprochen, und insbesondere in Buenos Aires. Aber das wäre ja schon mal chillig. Aber, ne, landesweit Amtssprache ist Español. Und da muss man dann natürlich prüfen, ist ganz klar. Ähm, genau. Bitte. Wie ich jetzt darauf komme, ach, wie ich jetzt darauf komme, da hinzufliegen. Ähm, ganz ehrlich, es ist ganz simpel eigentlich, aber ich hab einfach Bock, mal andere Zuschauer und andere Fans und andere Stadien zu erleben. Ich meine, ich bin in Deutschland jetzt hier schon echt viel in größeren und auch kleineren Stadien, äh, Stadien untergekommen. Ähm, also in den oberen Ligen ja sowieso und teilweise auch in den kleinen, ähm, ich meine, ich hab vom, vom Signal Iduna Park bis zum Beispiel eben zum kleinen FC, ähm, Remscheid oder, oder was auch immer, Schott Mainz oder, wie sie nicht alle heißen, natürlich auch noch einige liegen drunter. Ich meine, das ist ja nicht das Kleinste, aber schon so viel erlebt. Und ich würde einfach super gerne mal neue, neue Dinge erleben, neue Kulturen, neue Fans erleben, weil die sind da einfach nochmal ganz anders und nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, klar ist es immer wieder mega geil, wenn du zum Beispiel ins Weserstadion gehst, das Horn hörst und diese geilen Flutlichtmasten hast, absolut. Natürlich ist es immer geil, wenn du zum Beispiel, ähm, boah, welches nehme ich jetzt als Beispiel, zum Beispiel ins Rhein-Energie-Stadion gehst und du hörst die Kölner Hymne oder hörst, wenn du nicht gerade selber der Gegner bist, ähm, die, äh, das Trümmelchen, ne? Ja, das ist natürlich, ist das alles geil und alles schön und alles cool und natürlich macht das auch jede Menge Spaß. Das will ich überhaupt nicht irgendwie hier, ich nenn's mal diskreditieren, aber ich würde super gerne einfach nochmal eine andere Sache erleben. Wirklich eine andere Sache, während hier jetzt mein Laptop auf einmal meint, weißt du was, wir schalten mal in den zweiten Gang. Geht denn jetzt mit dem hier ab? War ja gut, ne? Ich will's gar nicht bewerten, ähm, aber genau so sieht's dann aus, ne? Das ist halt mein, mein Hintergedanke da, weswegen ich mir sage, hey, das wär doch mal was, das wär doch einfach mal eine geile, geile Sache und ich, natürlich, ich hab auch überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht einfach innerhalb Europas irgendetwas zu machen, sprich, reicht's nicht zum Beispiel nach Portugal, Italien, Spanien oder sowas, denn das ist auch bis zum gewissen Maße wahr. Ich mein, englische Fußballfans sind auch manchmal loko, natürlich, aber das ist schon nochmal was anderes und es ist schon auch nochmal eine Ecke krasser dort als hier. Also, Südamerika als Europa, ähm, ich mein, natürlich, ich könnte auch nach, nach Prag oder nach Zagreb fliegen, also Kroatien oder Tschechien, klar, beziehungsweise fahren. Ähm, klar könnte ich auch irgendwo, ähm, noch woanders hin, keine Ahnung, vielleicht Sofia, Bulgarien oder sowas, ähm, aber es gibt so einige, ich mein, Skop hier vielleicht Nordmazedonien sich anschauen, Belgrad Derby, mega geil. Das sind dann aber mehr so, so einzelne Sachen und alleine, ne, in, ähm, Buenos Aires hast du halt so viele Stadien, die für mich auch in der absolute, auf der Bucketlist stehen, ne? Aber, das ist so. Und dadurch, hab ich das so ein bisschen geplant. Ah, du, ich hab noch ganz viele Stadien auf meiner Liste, das geb ich zu. Auch in Europa, natürlich, ich mein, Europa ist groß, Europa hat geilen Fußball, Europa hat viele geile Fans, viele geile Stadien, natürlich. Ich mein, ich war noch nie großartig in Spanien bei Spielen. Ich war im alten Estadio Santiago Bernabeu, aber eben nur in einem, in einer Führung oder bei einer Führung, respektive Führung in Form von, auf dem Ohr erzählt bekommen, ja nicht mal eine aktive Führung von einer Person. Ähm, dementsprechend, also das hab ich ja schon gesehen, aber eben auch nicht bei einem Spiel, zumal man sagt, eigentlich immer, dass die, äh, Stimmung im Santiago Bernabeu, insbesondere bei Spielen in der La Liga, durch die ganzen Eventis sehr schlecht ist. Ich mein, kennen wir ja auch in Deutschland, muss man auch dazu sagen, Eventfans sind immer so ein Thema. Ähm, genau. Es ist einfach so, was mich, ähm, was mich sehr ärgert, ist tatsächlich, dass ich das alte Stadion von Atletico Madrid nicht mehr gesehen habe. Das ärgert mich wirklich. Oh ja, das fand ich so ikonisch. Ich mein, dass man noch da unter dem Stadion durchgefahren ist, dass hier das Vincente Calderon, fand ich einfach so killer. Und natürlich war das alt und natürlich war das irgendwann auch ein bisschen, nennen sie es mal aus der Mode, alles gut. Aber ich fand, das hatte einen ganz anderen Charme, als das, äh, Vandermetropolitano. Auch wenn das auch cool ist, klar. Ne, es ist halt, es ist halt schade. Ich mein, ich werd nie vergessen, untere Tribüne, blaue Sitze, oben, rot-weiß, rot-weiß. Killer. Killer. Bis zum, geht nicht mehr. Ja, mittlerweile weg, ne. Ach, das ist so ärgerlich, wirklich, das ist so ärgerlich. Ähm, ich mein, klar, du hast, du hast natürlich auch noch andere Stadien, ähm, bei, in Madrid zum Beispiel ist das, wie hieß es das, Colosseum Alfonso Pérez, glaube ich, hast du auch noch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Warte mal. Müsste ja Ritterfütter sein, ne. Ja, klar, natürlich, genau, Colosseum, ähm, korrekt. Auch cool, ne, ist ja so ein Vorort Ritterfütter der spanischen Hauptstadt, seht ihr jetzt hier auch. Also das ist ja auch, ist ja nicht so, als wenn er da dann nicht auch auf relativ wenig Fläche viele Stadien geben würde. Darum geht's mir ja gar nicht. Das ist ja auch vollkommen fein und vollkommen korrekt alles. Jetzt sind halt auch die Fans. Ja, das muss man, glaube ich, so sagen. Aber Ritterf hätte ich auch echt mal Bock drauf. Vor allem, das ist ja killernah da dran. Das ist ja mega geil. Also wirklich. Ich war ja, wie gesagt, schon in Madrid, aber das ist ja gar nicht mal weit weg. Warte mal, Ritterfütter, das Stadion vom Estadio Santiago Bernabéu mit dem Auto 16,8 Kilometer. Chillig. Oh, Motel One. Ähm, deutsche Kette. Ja, da war ich schon ein, zwei Mal. Auch in Deutsch, äh, auch in Ausland und in Deutschland eben. Und de facto, die haben ein geiles Hotel hier. Das sieht ja mega, also es ist einfach ein relativ klassisches Hotel. Aber ich finde es gut, ich war zum Beispiel in Paris da mal. Ähm, aber alter Vater, sieht gut aus auf jeden Fall. Sieht definitiv gut aus. Kann man sich mal merken fürs nächste Mal vielleicht. Na gut. Ja, aber nee, so sieht das aus, ne. Und, ähm, natürlich, ich bin da auch durchaus interessiert, andere, andere Sachen mir anzuschauen. Aber, vielleicht jetzt gerade nicht. Ich meine, ich kann mir auch den DOS Wangerooge angucken. Ich glaube, die gibt es aber gar nicht mehr. Oh, ich bin mir nicht sicher. Das war der Turn- und Sportverein Wangerooge. Hm. Wangerooge war ich als Kind häufiger, ähm, auf der Insel, oben hier in Nordfriesischen Inseln, weiß ich noch, war ich damals relativ häufig. Wangerooge und Langeoog. Wart immer schön, immer schön war meine Kindheit, ehrlicherweise. Und der ist dementsprechend. Aber, ich glaube, dem Verein gibt es gar nicht mehr. Müsste ich jetzt aber lügen. Ist auch jetzt in dem Fall irrelevant, um ehrlich zu sein. Aber, ja. Wollen wir mich zu dem Anfang ins Stadion. Gibt es bei dir irgendein Stadion, wo du sagst, boah, das ist für mich ein, ja, mitunter vielleicht auch einfach riesen Wunsch und ein riesen Ziel. Und, äh, whatever. Cool. Okay. Coole Sache, ja. Cool. Okay. Ja. Kann ich verstehen? Absolut, natürlich. Ist ja auch ne, boah. Fußball ist halt einfach was Geiles, ne. Da kannst du mir sagen, was du möchtest. Das ist, ähm, kann man lieben, muss man lieben, wie man es sehen möchte. Alles klar. Ähm, genau. Aber da bin ich jetzt momentan an der Planung dran. Und hab schon so ein bisschen was notiert und schreib da jetzt auch so ein bisschen, auch so ein paar Leute von vor Ort an, weil, und das muss man dazu sagen, es ist nicht immer leicht, an Ticket zu kommen. Ähm, es gibt natürlich Spiele, äh, Spiele, äh, Spiele, nicht Spiele, ja, Spiele, wo man sagen kann, jo, alles klar. Da hab ich eventuell ne leichtere Möglichkeit dran zu kommen, aber eben auch Spiele. Da müssen wir auf River Plate, die Boca Juniors gucken. Ist nicht ganz so einfach, ne. Ähm, nun gut, so ist das halt, warum die hier eigentlich, da lagen Socken, what the fuck. Naja, gut. Ähm, alles klar. Pass auf, ähm, sollen wir eine Runde rausgehen? Mir dröhnt langsam der Schädel. Wir können ja vielleicht selber ne Runde zocken. Ja. Okay, hast du den Ball unten gesehen? Könntest du eben gucken? Dann kann ich das hier speichern. Cool. Dann komm ich sofort nach. Und ich zieh mir eh meinen anderen Bulli an, weil der ist dann nachher nicht mehr zu gebrauchen. Okay, bis gleich.